Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ich habe Grippe. Nicht, was Sie meinen. Es ist ja Weihnachten und ich habe Grippe. Ich kann mir Weihnachten ohne eine Grippe gar nicht vorstellen. Wir kennen das aus der Weihnachtsgeschichte, auch wenn es wahrscheinlich in diesen Stellen damals im Vorderen Orient gar keine Krippen aus Holz gab. Wahrscheinlich eher Steindröge. Aber geschenkt. Wichtig ist, die Krippe symbolisiert einen Gott, der sich ganz auf die Menschen einlässt. Und deshalb sind auch ganz schnell neue Weihnachtsgeschichten entstanden, die sich um diese Krippe drehen. Nicht mal in der Weihnachtsgeschichte bringen reiche Menschen Geschenke. Auch Hirten kommen und beten an. Aber eigentlich ist das kleine Kind nicht gekommen, damit es sich beschenken lässt, sondern um uns, um Ihnen, um mir etwas zu schenken. Es gibt ganz, ganz viele Weihnachtsgeschichten, wo Menschen kommen und dem Kind in der Krippe ihre Probleme bringen. Ihre Schwierigkeiten, ihre Sorgen. Das, was ihnen Kummer macht. Was würden sie denn dem Kind in der Krippe bringen? Wenn man die Umfrage der letzten Tage sich anschaut, ist die größte Sorge der Deutschen gerade das hier. Nichts mehr im Geldbeutel. Die Inflation so hoch und stark. Wovon sollen wir leben? Und dann sehr martialisch machen wir uns Sorgen um den Krieg in der Ukraine. Gewalt regiert doch offensichtlich immer wieder diese Welt. Und dann kommt dazu noch diese Energiekrise. Wie werden wir zurechtkommen mit unseren Kraftstoffen und Füllstoffen, mit Gas und Öl und allem, was wir brauchen? Und jetzt habe ich noch gar nicht gesprochen von den persönlichen Sorgen, die sie vielleicht haben. Das, was sie ausmacht. Krankheit oder Gesundheit. Wer von der Familie da sein wird am Heiligabend und wer nicht. Schauen Sie, die Weihnachtsgeschichte und das Geschehen, das wir am Heiligabend feiern, ist eine Verheißung. Gott lässt diese Welt nicht allein. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, wird unsere Nacht nicht endlos sein. Bei allen Sorgen und Fragen gibt es Grund für ein frohes Weihnachten. Weil Gott Mensch geworden ist, weil er sich unserer Sorgen annimmt, weil diese Welt nicht sich selbst überlassen bleibt. Und in dem Sinne habe ich Grippe und wünsche Ihnen, dass Sie auch Grippe haben. Gesegnete Weihnachten! Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.